Wie ist das? Ich sah die Herrscherin sterben. Der Sand wurde nie erschaffen. Es kann kein Dahaka geben. Und doch verfolgt er mich. Was war mein Fehler? Ich war mein eigener Totengräber. So endet es also. Was im Buch der Zeit steht, kann nicht geändert werden. Nun gut, dann komm her. In meinem Bestreben, den Sand der Zeit zu vernichten, war ich es, der ihn erschaffen hat. Wer diese Zeilen liest, soll vom Mut und Ruhm der Männer erfahren, die für den Maharadscher kämpften und fielen. Wir suchten die Macht und die Stärke des Sandes. Unzählige fanden den Tod. Auch ich war darunter. Doch die Maske des Todes verschaffte mir die Macht, in der Zeit zurückzureisen und mein Schicksal zu ändern. Diese Endschrift verkündet das Unmögliche. Doch die Maske des Todes verschaffte mir die Macht, mein Schicksal zu ändern. Es gibt also noch Hoffnung. Du hattest eine Chance, mich zu kriegen. Eine weitere bekommst du nicht. Boah, wie lässig. Der wird ja vom Tod selbst verfolgt, aber... Ich geb dir keine Chance mehr. Nee, nee. So, wo ist ich denn? Wie lange? Nicht in diese Richtung. Okay. Glaub, ich bin zu früh abgesprungen. Yep. Wieder zu früh. Nee, das war gerade so noch richtig. Jetzt ist die Musik kaputt gegangen. Supi. Okay. Weiter geht's. Weiter, weiter. Immer weiter. Denn wir wollen ja schließlich vor dem Dahaka flüchten. Äh, 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 nicht springen. Du sollst raufklettern und, äh... Jetzt hat er mich bequischt. Boah, jetzt ist echt nicht mein Tag. Mach'n wir weiter. Spielende. Also, wenn ich während einer Aufnahme nicht mindestens viermal Game Over gehe, dann ist das ja... ...keine richtige Aufnahme, oder? Das ist doch langweilig, sonst... Okay, Sequenz. Spulen wir wieder vor. Das Video auch. Dieses Video auch. Und jetzt geht's weiter. Oder? Habe ich hier noch irgendwelche Möglichkeiten? Nee. Dann auf ein Neues. Ähm... Ja. Hatten wir auch schon. Thema Projekte. Ich könnte mal... ...ein, ähm... ...mein erstes... ...PC-Projekt... ...in Angriff nehmen. Ähm... Spontan fällt mir dazu allerdings nur ein Spiel ein, das ich gern mal... ...wiederspielen, beziehungsweise... ...einmal spielen. Hallo, mach's kaputt. Das war ganz schön knapp hier. Geht's denn hier weiter? Da. Sehr schön. Aber ich hab so das Gefühl, das hält... ...hält ihn nicht besonders auf. Was machst du denn da? Zumindest war da gerade noch Musik... ...oder hab ich das jetzt... ...komplett... ...verrafft. Naja, egal. Wo wollen wir denn lang? Den langen Weg oder... ...da hoch? Da ist Wasser. Hier gibt's so viele Wege, die ich gehen kann. Welche sind jetzt der richtige? Ich geh zunächst mal hier lang. Das scheint mir der einfachste zu sein. Okay, hier ist nix. Was haben wir hier? Hier könnte ich... ...weepser! ...mit dem Wandlauf rüber, wenn er denn... ...den... ...woah, der Hacker! Bloß nicht anhalten. Ich geh mal hier lang. Auch wenn ich nicht weiß, ob das der richtige Weg ist. Aber es scheint der richtige Weg zu sein. Oder ein richtiger Weg zumindest. Ich will gar nicht wissen, wie viel ich da jetzt... ...woah, Kamera, echt... ...wie viel ich da jetzt verpasst hab. Aber... ...man weiß ja nie. Vielleicht komm ich ja nochmal zurück. Ich möchte zwar so ein bisschen bezweifeln, aber... ...nein, das war falsch. Wo laufe ich denn da am besten lang? Da, da ist ein Seil. Noch ein Seil. Und eine Stange. Hopp, schwing rüber. Wir haben doch keine Zeit. Da hinten steht der Tod persönlich und wir schwingen hier. Äh? Hoch. Hoch. Ja, jetzt war er aber ganz schön fix wieder hier. So, da durch. Und dann hier ein Wandlauf. Und dann da rüber. Ich hab grad keine Ahnung, wohin wir flüchten. Aber... ...anscheinend... ...war das in Ordnung so. Hm? Hm? Da unten ist eine Truhe, aber der will ich eigentlich noch nicht hin. Ich will erstmal hier... ...hier... ...hier lang. Oh man, heute ist echt nicht so ganz mein sprachbegabter Tag zumindest. Sollte ich schon daran festhalten. Ich glaube, der Sturz hier runter wäre zu viel gewesen. Je weiter ich nach unten fahre, desto höher geht das Ding in der Mitte. Habe ich das jetzt richtig erkannt? Bringt mir das auch was, dass es nach oben fährt? Ich glaube, hier zumindest könnte ich dann jetzt nach oben. Aber ich glaube, noch weiter nach oben ist nicht drin. Ne, ist nicht drin. Kann ich hier hoch? Ne, auch nicht. Und da? Auch nicht. Und da? Auch nicht. Andere Seite. Ich gehe mal davon aus, hier kann ich auch nicht hoch. Ne, ich glaube, hier komme ich so nicht weiter. Da geht es jetzt wieder den Weg lang. Aber ich weiß ja nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich sehe mich hier nochmal um. Doch, ich glaube, ich muss hier nochmal lang. Ich gehe hier jetzt einfach nochmal lang. Vielleicht hier mal rechts. Ah ja, gut, das war derselbe Weg wie gerade eben. Hast du gut gemacht. Jetzt muss ich nochmal den ganzen Weg hier laufen, oder was? Ach. Okay, ich glaube, hier hat sich ein bisschen was verändert. Ja, sieht so aus, als wäre ich jetzt schon wieder woanders. Und ich glaube, ich muss hier hoch. Hoch, nicht runter. Hoch. Okay. Hallo. Hallo. Das hängt an der Kamera. So. Das kennt man ja aus solchen Action-Adventure-Spielen. Vor allem, ich möchte da jetzt mal Resident Evil anführen. Den ersten Teil vor allem. Immer wenn man da irgendwo lang gelaufen ist und musste sich schnell wieder umdrehen, dann hat sich mal die Kamera geändert. Man lief plötzlich in die komplett andere Richtung. Ah ja, jetzt kann ich anscheinend nach oben. Da oben. Was gibt es da? Da liegt einer. Sieht aus wie ein Sarg. Aber das werden wir jetzt nochmal locker flockig rausfinden. Ich probiere mal hier mein Glück. Ne, das scheint nicht das Richtige zu sein. Dann hier. Okay. Noch weiter hoch. Kommen wir bis ganz da oben hin? Ja. Okay, da liegt einer, aber ansonsten hat es keine Bewandtnis. Dann komme ich jetzt hier in diese Tür mit dem Wasser rein. Das war hier irgendwie klar. Aber hier sollte er ja nicht durchkommen. Deswegen nehme ich mir jetzt mal erst einen Schluck. Und, äh, ja, speichern werde ich auch gleich. Ne? 23.12. Da sieht ihr es am Datum. Ich glaube, die Uhrzeit ist immer noch falsch, aber das macht ja nichts. Wen kümmert schon die Uhrzeit? So, die Kiste kloppe ich auch noch auf. Ich meine, ich werde euch die Artworks vermutlich nicht zeigen. Steht mir bei! Äh, wem? Und vor allem wo? Und wann? Jetzt? Ich laufe mal hier rüber. So, hoch da. Dann hüpfen wir mal da runter. Hallo, Freunde. Haben wir wieder ein bisschen kämpfen. Hatten wir auch schon länger nicht mehr. Das ist kein Gegner für mich. Das ist kein Gegner für dich? Ja, das wollen wir noch mal sehen. Hat der gerade seinen eigenen Kumpel verprügelt? Schön. Aber ich muss sagen, irgendwie mache ich nicht mehr so viel Schaden wie vorher. Für diese Kühnheit werdet ihr zahlen. Habe ich jetzt wieder ein anderes Schmerz? Stirb. Oh mein Gott, halten die viel aus. Führ deine Befehle raus. Aber was habe ich denn? Was habe ich denn hier für ein Messer, ey? Das ist ja absolut kein Schaden. Also zumindest kommt es mir so vor, als würde es keinen Schaden machen. Ich glaube, ich lasse euch einfach stehen und gehe weiter. Das ist mir zu doof hier. Hallo? Hallo? Was sind die nächsten zwei? Aber ihr könnt mich mal gerade ein bisschen einmal erwähnt. Das ist ein Leck. Denn ich werde jetzt einfach hier weitergehen. Ich habe so nämlich das Gefühl, dass mein Schwert absolut keinen Schaden mehr macht. Hups. So, und jetzt wohl. Reicht das bis darüber? Nein, das reicht nicht. Na gut, dann machen wir es halt nochmal. Spielende. Ja, ja, komm, wiederholen hier. Mach hin. Hab nicht alle Zeit der Welt. Okay. Ich meine, das könnte der Flug sein, von dem Kailina da gesprochen hat. Aber Man weiß ja nie. So, rauf da. Er darf nicht durchkommen. Gleich weiter rennen. Die könnte ich eventuell Wenn ich so angreife mit dem Schwert, könnte ich sie eventuell in den Abgrund werfen Dann hätte ich ein Problem weniger. Na komm. Du sollst nicht mich angreifen. Du sollst da runterfallen und sterben. Ach dann. Da. So, und jetzt ab dafür. Gut. Dann machen wir das Ganze hier nochmal. Ich hab so das Gefühl, dass es gerade noch ein neuer Gegner gekommen ist. Ist mir aber egal. So, da hochziehen und dann da rüber hüpfen. Dann da rüber hüpfen. Scheint nicht richtig zu sein.